Fast zu schön, um wahr zu sein. In Zukunft können Sie den wachsenden Berg an Ladegeräten zu Hause lassen und nur noch dieses clevere Set mitnehmen. Das elfteilige Universal-Ladeset für viele tausend mobile Geräte wird in einer praktischen Schutztasche ausgeliefert. Mit Hilfe der einzelnen Adapter laden Sie nicht nur beinahe alle gängigen Handys der Marken LG, Nokia, Samsung und Sony Ericsson, sondern auch iPods und iPhones mit Dock-Connector sowie alle Geräte mit USB-Ladebuchse. Egal wo Sie sind, Sie können Ihr Handy immer und überall mit neuer Energie versorgen. Sie haben die Wahl zwischen der normalen Steckdose zu Hause, dem USB-Port im Büro oder dem Zigarettenanzünder im Auto. Sie wählen einfach den passenden Adapter für Ihr Mobiltelefon aus und schließen es an die USB-Ladeeinheit und die Stromquelle an. Dieses allumfassende Ladeset trägt seinen Namen absolut zurecht. Also gleich bestellen und dann den alten Kabelsalat entsorgen. Die Filme des ZDF-Ladees Die Filme des ZDF-Ladees